Fälschegüelbe Willkommen in Schottland Wir nehmen euch mit auf den Whisky & Castle Trail, eine 9-tägige Miettagerrundreise durch die schottischen Highlands Viel Spass Unsere Reise startet am Flughafen von Edinburgh, wo wir unser Mietauto für die kommenden Wochen entgegennehmen Die erste Etappe führt uns vom Flughafen über die halbe Insel 5 an die nordöstliche Küste von Schottland Dort besuchen wir das Küstenort in St. Enfus, wo wir das erste Mal die alten Steinhäuser und mittelalterlichen Bauten bestaunen und die gute salzige Meerluft geniessen Weiter geht es durch die ländliche Region um Dandi Je weiter wir so ins schottische Hinterland fahren desto mehr fühlen wir uns wie auf einer Reise in die Vergangenheit Als wir auf dem Schloss Clemisa kommen rechnen wir jeden Moment damit dass uns ein schottischer Königstor aufmacht Und als wir am Abend die Ruinen vom Donaterr-Kessel über den Klippen aufragen sehen kann man es fast nicht glauben dass wir nicht wirklich gerade mitten im Mittelalter gelandet sind Wäre in dem so könnten wir uns jetzt die schottischen Kroneuweilen anschauen die während der englisch-schottischen Bürgerkriege hier versteckt worden sind Aber auch ohne Kroneuweilen ist der Anblick von den immer noch beeindruckenden Ruinen der perfekte Abschluss von unserem allerersten Tag auf dem Whisky und Castle Freight Die erste Nacht in Schottland verbringen wir standausgemäss in einem kleinen Schloss Das Downside House war früher der Sitz von einem schottischen Graf und heutzutage kann man sich dort selber wie ein Lord und eine Lady aus dem schottischen Adel fühlen Gestärkt von einem feinen schottischen und heute Morgen machen wir uns auf zum nächsten Schlossbesuch Auf dem Craggy War Castle reicht es uns gerade noch für ein paar Schnappschüsse Bevor wir zuerst mal Bekanntschaft mit den schottischen Sunshowers machen Regengüsse, obwohl gleichzeitig noch die Sonne scheint etwas, was wir diese Woche noch ein paar Mal erleben werden Als nächstes fahren wir weiter ins Inland in die B-Side Region und widmen uns dort um das zweite grosse Thema unserer Rundreise dem Whisky Mit ungefähr 50 produzierenden Distillerien ist die Region nämlich die bekannteste Whiskyregion der Welt Wir schliessen uns an einer geführten Tour durch die Glen Grand Distillerie an und werden eingeführt in die hohe Kunst vom Single Malt Whiskybrauen Anschliessend dürfen wir den guten Tropfen natürlich auch noch probieren Für die Fahrer unter euch haben wir übrigens gute Nachrichten Für 50 Pennies kann man sich den Whisky auch in kleine Fläschchen abfüllen lassen und auch mal gemütlich am Abend in einem Gästehaus zu sich nehmen Mit einer guten Flasche von einem 10-jährigen Whisky im Gepäck fahren wir anschliessend zurück an die Küste und staunen ab den wunderschönen die wir dort entdecken In die zweite Nacht verbringen wir in Inverness Die nördlichste Stadt von Grossbritannien ist Ausgangspunkt für eine der populärsten Attraktionen in den ganzen Highlands im Monster von Loch Ness Ob es Nessi die grosse Seeschlange in den schottischen Highlands wirklich gibt? Im Loch Ness Center & Exhibition kann man sich selber ein Bild über die langjährige Suche machen und herausfinden wie der Mythos überhaupt entstanden ist Es gibt über 1000 Augenzeuge die von einer grossen Seeschlange erzählen und damit dazu beitragen dass sich ein sonst relativ unscheinbarer See zu einem absoluten Mastsee für alle Fans von Verschwörungstheorien entwickelt hat Vom Loch Ness geht es weiter ins kleine Fischerdörfli Ullapur der nördlichste Punkt unserer Rundreise durch Schottland Hier verbringen wir zwei Nächte was uns erlaubt unseren fahrbaren Untersatz gegen etwas seetauglicher zu duschen nein leider nicht für das schöne Sagelschiff aber der gemütliche Kahn tut es auch Auf einer kleinen Rundfahrt um die Summer Islands geniessen wir den Blick über die Schottische See und freuen uns doch noch ein paar echten Wasserbewohnern zu begegnen Neben Robben und Möwen sehen wir sogar noch ganz kurz einen Delfin und bestaunen die Gesteinsformationen der Cathedral Cave eine Töli die so gross ist dass wir mit unserem Cruise Ship fast ganz drin Platz haben Fast gleichzeitig mit ein paar besonders erfolgreichen Fischerbooten fahren wir wieder in Ullapur ein was uns dazu inspiriert uns das Erzeugnis vom lokalen Fischfang auch mal etwas genauer anzuschauen Zugegeben Fisch & Chips ist sicher etwas vom ersten Weime Sinn wenn man an die britische Küche denkt dich gefolgt von Englisch oder in unserem Fall Scottish Breakfast Was aber auch immer auf der Karte steht ist frisch gefangenen Fisch und Meeresfrüchte und wir finden praktisch überall diverse Lokale mit einer grossen Auswahl an feinen Gerichte wir haben auf jeden Fall nichts auszusetzen an der schottischen Küche und bepaart mit der schottischen Gastfreundlichkeit Kürze einkehren hier auf der Insel jeden Tag zu unseren ganz persönlichen Highlights Von Ullapur machen wir uns am nächsten Tag weiter den Küsten entlang auf den Weg zur Insel Sky An diesem Tag machen wir nicht nur die Bekanntschaft mit ein paar weiteren Inselbewohnern sondern auch mit der Vielfalt vom schottischen Wetter Man kann hier nämlich gut und gern vier Jahreszeiten an einem Tag verwischen Frühlingshafte Sonnengrüssen am Morgen sommerliche Temperaturen um den Mittag im herbstlichen Sturm am frühen Nachmittag und wenn es auf unserer Überquerung vom höchsten Pass in Schottland noch angefangen hätte Schnee hätte uns das ehrlich gesagt auch nicht mehr gross erstaunt Wir feiern das wechselhafte Wetter aber recht weil so auch die Leichtstimmungen alle zehn Minuten wieder ändern können und uns so die schönsten Fotos bieten Ein Sprichwort der Schottler bewährt sich für uns auf jeden Fall Wenn dir das Wetter nicht passt dann wartet einfach ein paar Minuten Als wir gegen den Oben auf Sky ankommen haben wir sogar schon wieder Sonne und unternehmen im Abend noch einen letzten kleinen Abstecher zum Old Man of the Door Weil es aber schon langsam dunkel wird und immer noch recht windet sparen wir uns die Wanderung zu diesem ikonischen Felsen für das nächste Mal auf Am nächsten Tag bleibt uns noch der Morgen zum Meer von Sky zu sehen Wir fahren von Portree rund um der nördlichen Spitze und machen einen Abstecher zum Kill Drop Noch spannender wie die speziellen Felsenstrukturen finden wir dort einen Wasserfall der sich von den Klippen direkt ins Meer stürzt Die paar Stunden auf Sky vergehen für unseren Geschmack fast etwas schnell Aber weil wir heute ein bisschen unter Zeitdruck stehen verabschieden wir uns dann doch zügig wieder von dieser magischen Insel Wir haben aber fest vor beim nächsten Mal etwas mehr Zeit hier einzuplanen Ein kleiner Tipp Wenn ihr bei Contiki eine Mietwagenrundreise macht könnt ihr eure Routen so auch problemlos ganz individuell auf eure Bedürfnisse anpassen Einfach beim Buchen nach alternativen Routen und Unterkünft fragen und eurer Contiki-Berater hilft euch gerne die perfekte Strecke für euren Reisetypen zu finden Uns ist zum Beispiel wichtig gewesen dass wir an diesem Tag genug schnell wieder von Sky aus Festland kommen und so genug Zeit haben um den Hogwarts Express zu verwischen Ja, ihr habt richtig gehört Wer den Eingang zum Gleis 9.4 in London nicht bindet hat hier in den Highlands von Schottland die einmalige Möglichkeit mit Blick auf den wunderschönen Zug aus der Zauberwelt von Harry Potter zu werfen bei Glen Finan in der Nähe von Fort William fährt der Zug zweimal täglich über ein wunderschönes Viadukt das im zweiten von den Harry Potter Filmen vor allem durch die spektakuläre Verfolgungsjagd mit einem fliegenden Outlook bekannt wurde verbinden kann man den Besuch vom Viadukt mit einem Abstecher in Glen Finan Dining Car direkt an der Glen Finan Bahnstation dort kann man vor oder nach der Wanderung in einem alten Speiswagen essen wirklich ein einmaliges Erlebnis Der vorletzte Tag unserer Rundreise führt uns durch das Glencoe-Tal nach Stirling Einmal mehr ein Tag wo wir bei Regen losfahren nur zum bestrahlenden Sonnenski an unseren Ziel anzukommen Stirling Castle liegt auf einem alten Vulkankegel und wirkt von aussen fast nicht einnehmbar Tatsächlich hat die Burg im schottischen Unabhängigkeitskrieg mehrmals Zeiten gewechselt Unter anderem hat der schottische Nationalheld William Wallace hier einen von seinen wichtigsten Siegerungen Unsere letzte Nacht verbringen wir in einen richtigen Bijou in einem alten Farmhaus in den schottischen Highlights Ausgeschlafen machen wir uns so am letzten Tag zurück an den Flughafen von Edinburgh wo wir das Auto wieder abgeben müssen Bevor es aber wieder nach Hause zugeht haben wir noch einen Tag um die Hauptstadt Schottland zu erkunden Was für uns eingefleischte Harry Potter Fans nicht fehlen ist natürlich ein Fenchelgas inklusive Zauberstaubkauf Mr. Ollivander Für Tea Time suchen wir uns dann mit der Contiki-Tipp-App noch ein passendes Kaffee In dieser App gibt es über 1500 exklusive Contiki-Tipps für ganz viele Destinationen im Norden EDI macht uns den Abschied wirklich nicht einfacher So viele herzige Läden und Kaffees wunderschöne Architektur und zum Abschluss noch mal einen von den schönsten Sonnenuntergängen der ganzen Woche Unglaublich was wir in dieser kurzen Zeit hier in Schottland alles erlebt haben und darum auch gar nicht so einfach etwas aus diesen vielen Highlights herauszupicken Was uns sicher für immer in Erinnerung bleibt bleiben sind die vielen wunderschönen Burgen und Schlösser und auch die unglaublich vielfältige Landschaft die wir hier haben durften durchfahren Für uns ist der Whisky & Castle Trail seinem Namen definitiv gerecht worden Und wenn auch du mal in den Genuss von so einer Rundreise willst kommen dann schau dir bei Contiki unbedingt mal das vielfältige Angebot an Reisen nach Schottland an Egal ob im Mietwagen oder mit dem Zug auf begleitete Rundreisen Reisen für Familien oder ganz individuell auf dich zugeschnittene Erlebnisreisen Buch jetzt deine Reise in Norden und erlebe dein ganz persönliche Schottland-Abenteuer Contiki im Norden zu Hause in Norden 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 in Norden